Radio SAW und die IKK Gesund Plus eröffnen. Die Herbstspiele im SAW-Land. Wir sind bis Freitag nächste Woche bis zum 18. November im gesamten SAW-Land unterwegs. Und das heißt, zehn Orte stehen im Wettstreit bei unseren vier Spielen, die wir mit euch machen. Ihr könnt Punkte sammeln. Welcher Ort am Ende? Die meisten Punkte auf dem Konkurat. Da kommen wir wieder hin vor dem Weihnachtsfest und feiern dann nochmal mit euch, mit dem Weihnachtsmann, mit den Weihnachtsengeln und ganz viel Spiel und Spaß. Und das wieder kostenlos. Ich kann das gut verstehen, dass ihr jetzt nicht so weit den Mund aufmachen konntet. Ihr kaut wahrscheinlich alle gerade oder genießt unsere Köstlichkeiten, die wir noch haben. Bis 18 Uhr sind wir für euch da. Auftakt der Radio SAW Herbstspiele mit der IKK Gesund Plus. Bratwürstchen von unserer Grillwurst-Gang, schön befeuert, von Altmerker hier hingebracht. Und es lohnt sich reinzubeißen. Haben Sie den ersten Biss schon gewagt, Näge Frau? Machen Sie es jetzt. Und sagen Sie was. Lecker. Sag ich doch. Lecker. Und zwar richtig. Greift zu. Die Jungs brauchen natürlich. Es wird richtig knackig gegrillt. Deswegen, wenn mal so ein bisschen kleiner Engpass ist, haben wir Zeit für eine schöne Pauerein. Hallo, verheiratet? Na gut, ich nicht. Haben wir nichts miteinander zu tun, ne? Denn die Herbstspiele heißen nicht einfach so. Herbstspiele, da wird wirklich gespielt. Wir haben vier Wettbewerbe vorbereitet. Alle Orte sind miteinander im Wettstreit. Und wenn ihr den Wind und die meisten Punkten hier im Wettbewerb holt, dann bekommt ihr den Radio SAW Weihnachtsshowtruck nochmal geschenkt. Dann kommen wir mit einem Weihnachtsbaum. Und mit einem M. Ja. Und feiern nochmal richtig schön vor dem Fest. Ist ja noch mal eben. Aber ihr könnt das gewinnen. Oh, Gervisch. Alles klar bei euch. Geht's euch gut? Gervischer Junggeselle. Die Julia ist allein. Du bleibst auch allein. Entschuldigung. Für dein einsammes Rennen mit dir, Julia. Schön. Fängst mit zehn Punkten Startkapital an. Ich behaupte fünfmal was. Und du musst sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Möchtest du erst nochmal so eine ungefähr drei Stunden, 24 Minuten, 30 Sekündige Rede an das Volk halten? Das mach ich doch gern. Ich begrüße Sie recht herzlich heute Abend hier zu Radio SAW Sachsen-Anhalt-Welle mit Herrn Scherlecki. Dich wähl ich. In dem Singspiel Peter und der Wolf, da fängt Peter den Wolf, weil der seinen Freund die Katze verschluckt hat. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nein. Du sagst, das stimmt nicht, nur du hast recht. Der hat nämlich die Ente verschluckt. Ne? Elf Punkte. Ich behaupte, die Sonne ist über 100 Mal größer als die Erde. Ja oder nein? Ja. Du hast recht. Um den Durchmesser der Sonne zu erreichen, müsste die Erde 109 Mal aneinandergereiht werden. Zwölf Punkte. Ein Huhn, liebe Carla, braucht ungefähr einen Tag, um ein Ei zu produzieren. Ja oder nein? Nein. Oh, doch das stimmt. Meine Hühner leben manchmal zwei. 24 bis 26 Stunden braucht das für ein Ei. Echt? Du hast Hühner, die zwei in einem Tag leben? Ja. Was machen wir denn jetzt, Oberschiedsrichter? 13 Punkte. Du hast recht. Ich wage es nicht, der Ortsbürgermeister nicht zu widersprechen. Es gibt in Sachsen-Anhalt fünfmal Ferien für Schulkinder. Ich sage fünfmal. Stimmt das oder stimmt das nicht? Du sagst, das stimmt. Fünfmal? Könnte das nicht sechsmal sein? Herbstferien, Weihnachtsferien, Februarferien, Osterferien, große Ferien. Pfingstferien. Ah, Pfingstferien. Sachsen-Anhalt ist richtig. Fremsatz für dich. Carla, ich heiße dich. Herzlichen Dank. Super. So, wir haben doch mal an der Hässe-Anhalt, dass ihr heute Abend mit dem Knie hier seid. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank. Boah, ich merke, dass du Sport gemacht hast. Alter Schwede. Alle Finger gebrochen gleichzeitig. Leckofannie. Die Herzensspiele im KS-A-W-Land. Glühwein, einen Euro pro Becher. Für den guten Zweck. 18 Uhr ist Kassensturz. Und dann bekommt das Geld die Jugendfeuerwehr und die Tanzgruppe Gervisch. Der Wolfgang, mit dem habe ich telefoniert heute Morgen. Der war derjenige, der das fast alleine verzapft hat. Da war noch ein Sofa dabei, habe ich mir sagen lassen. Ich war in Nicaragua und ich bin kein Betrüger. Dort lerne ich einen Menschen kennen, der war Bananenbieger. Bananen wachsen schlank und grad, fast überall auf Erden, vor dem Verkauf. Da müssen sie zurecht gebogen werden. Gervisch! 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 Na seht ihr, es geht doch. Super. Nachdem ihr eure Stimmbänder getestet habt mit Gervisch-Gelau, testen wir jetzt mal euer Zielvermögen. Jeder von euch bekommt zwei Tennisbillen. Zwei. Und dann gilt es, die in diese Tonne zu gefördern. Und zwar mit einmal aufdupsen. Nicht direkt werfen. Sondern so. Ne, nehmen dir zwei Bälle. Hast du gesehen, ne? Einmal auf den Boden und dann rein in die Tonne. Auf geht's. Na, aber gut. Jawohl! Oh, jawohl! Boah! Wow! 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 Boah, das war fantastisch. Das hast du ganz großartig gemacht. Das können die Großen so gar nicht. Toll. Super. Sitzt die Brille, Gnäge, Frau. Wenn, dann liegt es nur der B... Oh, sie sind mehr der zärtliche Typ, ne? Ne, gerade. Huch, Watte-Bäuschchen. Aber drin. Hahaha. Juhu! Sehr schön. Ah, sah. Oh! 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 So, wir brauchen wieder Menschen, die mitspielen. Die vorderste Platte bleibt frei. So, jetzt die nächste davor. Der nächste Spieler auf die dritte Platte. So, und gut da. Genau. Und jetzt jeder einen Schritt nach vorne. Jeder auf die nächste Platte. So, dass jetzt die letzte Platte frei ist. Sie heben hier hoch und eigentlich den Überkopf zum Vordermann. So, jetzt geht's! So, jetzt die Zeit. So, jetzt ist es, wenn ich hier einfach... Weil das jemand am Telefon falsch verstanden hat. Du heißt in Wahrheit wie? Sophie. Der hat aus Sophie Sofa gemacht? Ja. Hast du ihn jemals verziehen? Nein. Das dachte ich nicht. Gervis kann glühen. 426 Euro. Und vielleicht sehen wir uns bald schon wieder, wenn ihr den Weihnachtsshowtruck gewinnt. Ich habe gehört am Samstag, am 26. November, macht ihr Weihnachtsbaum aufstellen. Das könnte durchaus sein, wenn ihr Sieger seid, dass wir dann dazukommen. Wir sagen Dankeschön im Namen des ganzen Teams von Radio SAW. Ich bin einer von den Muckefuchs. Ich bin Ted Stanetsky. Vom Aufstehen bis Zehen. Max Brutt. Wiederhören. Bis bald. Ciao. Die Herbstspiele im SAW-Land mit Radio SAW und den Mundermachern der IKK Gesund Plus. Wir sehen uns für einen Zusatzbeitrag bis 2014. Versprochen und garantiert. Die Herbstspiele im SAW-Land mit Radio 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 SAW-Land Untertitelung des ZDF, 2020